Nächster Halt Lenzburg Herzlich Willkommen bei der Finova. Ich führe euch heute durch das Unternehmen. Ich würde sagen, wir legen gerade los. Finova steht für innovative Bankensoftware. Wir entwickeln zuverlässige und individuelle Lösungen für über 100 Kunden auf dem Bankplatz Schweiz. Aber was heisst das genau? Ohne mein, äh, unser Gott läuft da gar nicht. Und da hilft recht nicht. Für die besten Ergebnisse für unsere Community setzen wir in der Softwareentwicklung auf Agilität. Das heisst, wir brauchen ganz viele gescheidene Köpfe, die mit uns zusammen die Zukunft vom Banking mitgestalten. Ja, ich sage immer, wieso in die Ferne schweifen? Nein, das hast du auch hier. Sogar mit Schloss. Und ausserdem hast du die sympathischsten Kollegen. Schau mal. Inklusive mehr. Und mehr. Mit 34 Jahren gehe ich jetzt schon für die Finova. Und das hat seine guten Gründe. Heute gibt es seit 1974, wir sind erfolgreich im Business und im Fall verstaubt sind wir noch lange noch nicht. Dank unserer Innovationskraft können wir positiv in die Zukunft schauen. Unser Rezept? Mut zur Innovation und Raum für Neues. Als Mitarbeiter bei der Finova grüßest du grosses Vertrauen und hast viele Freiheiten. Und so arbeiten wir, das Banking überraschend einfach zu machen. Junge und erfahrene bilden bei uns zusammen die starken Teams. Bei uns bleibst du halt einfach jung. Hallo Corina, sag mal, warum arbeitest du eigentlich so gerne bei uns? Ja, Haki. Finova bietet mir nicht nur die Möglichkeit, das zu arbeiten, was mich begeistert, sondern auch wie und wo ich möchte. Dank modernen Tools schaffen wir online genauso gut zusammen wie vor Ort. Manchmal sogar noch besser. Wer Ideen hat, kann viel bewegen. Und unser Teamgeist ist absolut phänomenal. Und nicht zuletzt bin ich immer am Puls der neuesten Technologie-Trends. Und du? Neben mir ist noch Platz. Nächster Karrierehalt Lenzburg. Das ist super! Töte, Junge! Töte, Junge! Töte, Junge! Untertitelung des ZDF, 2020